Niederlage hinaus! Habe neue Bohnen reinbekommen. So frisch. Sehr gute Wahl. Aber gerne, kleiner Kunde. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich will keinen Unterschied mehr! Bleib dran. Wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich hab bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes käfig ist. Bring ihn dem Arschloch! Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt! Wohin des Weges? Wir sehen uns! Willst du ein Geheimnis wissen, Schnucki? Willst du einen signierten Raisinscull-Kalender? Wir sehen uns! Wir sehen uns! Das war's für heute. 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 Tja. Das war's für heute. Is it at work for yourself? Wir sind Krim, wir sind Krim. 括 금 ... Wir sind Krim. Willst du ein Selfie mit mir? Okay Wow, sehe ich echt so aus? Hey, kleiner Superheld, ich weiß, du rettest da draußen Kätzchen. Wenn du auf eins von meinen stößt, die tragen rosa Halstücher, kannst du es mir bringen? Ich kann sie nirgends finden. Diese fiesen Sechsklässler jagen meine Miezis. Das ist doch der Furz in der Selbstjustiz. Wenn du eins meiner pälzigen Babys schießt, sag mir Bescheid, Schnucki, ja? Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Au! Verdammt, was willst du von mir? Verschwinder! Feuer! Was mein... Feuer! Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Oh, ein Superheld, ein Superheld. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Wir kriegen dich noch! Kann ich von Nutz, von Nutz, von behilflich sein? Renn lieber schnell! Wir sehen uns! Was bist du denn? Ein Rodeo-Clown? Geh schon durch! Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in einer riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Viel Glück, kleiner Held! Der Selbstjustizler verdirbt einem den Spaß am Vollzug! Hier, Mietz, Mietz! Komm, Mietzi! Hier, Pussi-Pussi! Kika-Din zuerst! Ich verlass mich auf dich! Sehr gut, Wunder-Arsch! Dich mach ich fertig, Pussi! Mikro-Aggression! Schlag ihn! Au! Ich überleg mir eine Strategie! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Wie ein Witz! Ha! Die haben überhaupt keine Chance! Ich hab'n gutes Gefühl bei der Sache! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt! Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Ha! Ärger dich nicht, Arschlord! Dann wir los! Für Vierklassler seid ihr echt zähe Brocken! Gah! Lass dich da von deinem Freund massieren! Auf sieh, Wunder-Arsch! Nicht schlecht, Neuer! Los geht's! Der stellt sich nicht für den Dick-Blitz-Freak! Aus dem Weg, Kuhn-Freunde! Daddy ist da! Ja! Ja! Guter Tion, Kuhn! Was sonst, Diabetes? Nimm das, Zwerg! Fantastisch! Diabetes-Type! Ich bin jetzt dran! Nicht gucken, ihr Schwarteln! Ersau das nicht, Blödsack! Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke! Ha! Du willst ne Heilung? Hier! Das sollte helfen! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Das könnte brennen! Glückwunsch, Superfreunde! Du kannst aufwachen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ich bin aber vor allem bei mir! Ich bin schon bei mir! Willst du den Aufhaken! Das ist ein hoher! Nachdem K2 M2 Das ist ein hoher! Wohl! Ich bin eine... Ich bin ein look! Ich bin ein Hecht! Das ist ein hoher! Ich bin ein Hecht! Ich bin ein Weird Marc! Ich bin ein Hecht! Ich bin ein Geist! Ich bin ein Hecht! Diese Superpenner legen sich mit den falschen Raisins Girls an. Au, chill doch mal ein bisschen. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen and Friends anzulegen. Jetzt setzt's was. Hügel für die Gerechtigkeit, sehr gut. So toll, dass ihr da seid. So eine geile Scheiße für mich öfter sehen. Ihr braucht schon Physik. Gute Nacht. Schoten, zittert vor Kuhnen and Friends. Alles in Ordnung? Super. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung schiecht gerne vor. Los geht's, Furzlord. Das sieht nicht gut aus. Blitzfreak schiecht los. Lass unseren Freunden in Ruhe, du Fiesling. Kuhn krallen raus. Ein weiteres Opfer des Kuhn. Ich bin dran. Das macht Käpt'n Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Ja, ja, sehr witzig. Ich geb's zu, du hast Potenzial. Das Publikum betoben. Das läuft genau wie geplant. Das war mal ne echte Abreibung. Das war mal ne, ich bin dran. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Heute nicht, Sir. Heute nicht. Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus. Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist. Noch mal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Zugriff! Nice! Du hast offensichtlich geübt, Kuhn. Wäre ich nur ein echtes... Stopp. 10-12-er-Kopf. Jetzt aber schnell! Wow, du gibst echt Gas! Streng dich mal an, Alter. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schreib's mir auf die To-Do-Liste. Wer will verstümmelt werden? Schlag sie für den... Schnappt ihn! Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-Off. Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung. Das Spray der Gerechtigkeit! Ich bin wieder da! Bitte keine Nasenscheine, Wandverkrümmung! Oh Mann, Superhelden sind super! Kämpfendiabetes ist kampfbereit! Zu bitte so, als hätte das richtig wehgetan! Mal sehen wir zuletzt, Lach. Habt ihr Blitzfreak gesehen? Ebenweil noch hier! Pech, Wunderarsch! Der gehört mir! Mach nicht auf deinen Eingeweiden aus! Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Lass alle Waffen fallen! Ich blute immer noch aus allen Löchern! Sehr gut, Wunderarsch! Hättest du dich besser nicht mit mir! Kämpenddiabetes mischt wieder mit! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zum M-M-M-Machen! Ha! Ha! Nimm das, Bitch! Jetzt wird gekuhnt! Hilfe, Polizei! Vorsicht, heiß! Hey! Das macht Spaß! Ergib dich sofort! Hier, fang! Das war der Hammer! Cooler, Friends! Für immer! Soft, gib mir Kraft! Insulinschock! Haha! Ja! Du siehst ziemlich im Arsch aus! Beeilen wir uns! Heilung in 0,3 Sekunden! Der Geld zurück! Danke für die Starthilfe! Endlich! Au! Du lässt mir keine andere Wahl, als mich selbst zu verteidigen! Ich war Siebbester im Online-Kurs! Du bist also beliefert! Können Siebben, das fürchtet nichts! Können Siebben, das fürchtet nichts! Blickkrieg ist in den Startlöchern! Okay, schnell, geh ans Telefon! Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik! Alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid! Ich wohne hier und kann mich nicht an den Couch für den Alarm erinnern! Schon okay, ja? Haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Einen Moment, bitte! Alles in Ordnung? Hören Sie mich! Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh, scheiße, falsche Schublade! Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir! Einen Moment, bitte! Hören Sie mich! Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schaue mal in dieser Schublade nach. Ich muss erst mal meine Brille suchen. Alles in Ordnung? Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Erinnerst du Trapper-Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten... Erinnerst du den Angriff auf? Aber ich erinnere. Was ist eine Frage? Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Element? Ich erinnere. Ich erinnere. Bein Sie sich selbst anbieter. Ja, ich erinnere. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick. Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt! Los, los, los! Ich habe ein Sicherheitssystem, weißt du? Wo zur Hölle sind die Bullen? Verschwinden! Wirgegriff! Ich bin keine Chance auf Notwehr! Super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. Ok, ich binя, ey, uh, aus bei mir. Miau. Willst du ein Geheimnis wissen, Schnucki? Bitte komm. Hier ist Mosquito. Ich könnte nicht bei der Gastringer in Sache. Moment, ich nenne das blöde Ding mal ab. Kannst du mir helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Wir treffen uns von Raisins, okay? Okay, Mosquito, Ende. Hier, Mietz, Mietz. Äh, hier, Fiat Klessler. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Was bist du denn? Ein kleiner Liberace? Geh schon durch. Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time. Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. In deinem Alter war ich genauso wie du. Ein Bild mit dem kleinen Hilfs-Sheriff, klar. Schau zu und lerne. Hey, du bist auf dem Revier in aller Munde. Komm doch zu mir in mein Büro. Dann sprechen wir über eine Graswurz-Marketing-Gelegenheit. Arschlott, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhnversteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Hey, Süßi. Kriege ich einen Kurs? Wo willst du hin? Wir haben ein Date. Ah, da bist du ja. Die fiesen Kreaturen da drin haben die Kreditkarte meines Dads geklaut. Hilf mir, sie zurückzukriegen. Gegen die bösen Verführungskräfte der Girls bin ich machtlos. Ich kann da nicht allein rein. Bist du dabei? Dann los, geh du vor. Hi, willkommen im Raisins, Snooki. Nur eine Person. Da, das Kind hat Porsche und Mercedes verprügelt. Und das Kind ist da, um die Kreditkarte meines Dads zurückzuholen, ihr dickwosig Liebenen. Du hast uns die Kreditkarte gegeben, weil du nämlich mit uns wrestlen wolltest. Stimmt nicht. Ich wollte bloß gehen. Und warum hast du dann gesagt, Moment, Girls, ich komme gleich mit der Kreditkarte von meinem Dad zurück? Keine Männchen mehr. Herr mit der Karte, sonst gibt es. Ärger. Gibt's hier ein Problem, Girls? Oh, gleich gibt's eins. Raisins Girls, sammeln. Die anderen Gäste sind totale Verlierer, aber du bist echt cool. Wow, ey? Absolut, Süßi. Kennt ihr schon meine Hauptfreundin, dass sie mir ja keiner antatscht? Das ging schnell. Besteck? Hält ihr Süßen? Kann mal jemand kurz meine Schicht übernehmen? Das ist mal ein gewaltiger Gestank. Hau rein, Neuer. Darauf trinke ich. Nicht die Mädels belästigen. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Ich bin dran. Könnt für dich egaler sein. Oh! Ihr Treffer reicht für ein Homerun. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Ja! Und? Gefällt es dir hier, Schätzchen? Ah! Das hab ich kaum gesehen. Ich nehm meine Blutprobe. Alter, du mal treibst brutal. Es ist Blut. Die wichtigste 29. Wahlzeit des Tages. Mach sie fertig, Sachsack. Mein Saubgrüssel steht offen vor Staunen. Alter, du mal treibst brutal. Halt deine Hände bei dir. Ich bin drin. Okay. Es gibt kein Verbräunungsstreifen. Also los. Verbräunungsstreifen. Verbräunungsstreifen. Wie cool, dass du euch mein Facettenauge ausgesehen hast. Alter, du mal treibst brutal. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Das ist Teil meiner Missfallchoreo. Wer hätte gedacht, dass Brennen so wehtut? Ich gant mir ein bisschen Blut. Sehr befriedigt. Hau sie weg, Neuer! Das gibt garantiert ne Narbe. Nicht schweigen. Hat Wunderarsch gerade was gemacht? Egal. Wer hat Bock auf den Film? Okay, Mädels. Jetzt reißen wir diesen Haseln in ihre A-Löcher auf. Iiiiih. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Ja. Moskite zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Megafausten schlagen. Au! Das ist die richtige Einstellung. Weiter so. Ansteckung, Science. Ihr seid unneidisch auf unser junges Glück. Du schaffst das! Hey, hey, lass diese Ladies gefälligst in Ruhe. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy. Sorry, Schätzchen. Hey, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Wunderarsch, sieht tot aus. Immer noch in Flammen. Immer noch Kacke. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Christbrocken atomisieren. Hey, meine Haare sind gleich ins Lumber, okay? Wow, hier unten lebt noch jemand? Das ist für alle Frauen auf der Welt, die New Tides tragen müssen. Ich sag mal auch für dich, Alter. Das ist nicht okay. Bin ich endlich dran? Danke. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Stepp uns nicht weg, Neuer. Bedeckt eure Augen ein. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Was darf's denn sein? Lass das doch! Seit wann ist Brazons Girls verbrennen in? Fühlt den Zorn von Humankind! Und ich dachte, Drachen werden schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Mein verdammter Zugmann! Mega-Faust-Pachiru! Au! Du hast ja richtig heftig ausgeteilt! Los, Wunder-Arsch! Das sah schmerzhaft aus! Mission erfolgreich! Alles in Ordnung? Wozu? Na, schließt du mit der Raumzeit, Frau Genie? Halb Drachen, halb Mensch! Ganz hell! Ah! Au! Warnung! Schau nicht direkt in meine fucking Laser-Augen! Mega-Faust-Glad! Du hast die richtig verkloppt! Sehr gut! Ich brauche kein Lob, aber danke! Danke! Oh mein Gott! Das ist definitiv das Schlimmste, was irgendwem jemals passiert ist! Okay, ihr Bitches! Nur ihr und ich! Oh, Moment! Ich hab ihn mitgebracht! Ich mach dich nicht an! Wer hat hier eine Tracht Sprügel bestellt? Zum Wetter! Aus dem Westen nähert sich der Zaun das Kalt! Ja! Ja! Ah! Keine Gnade, Leute! Darauf können wir stolz sein! Supercrack zur Rettung! Ich hatte Hunger! Gefährliche Kurvenfahrer! Ha, ha, ha! Siehst nicht so fit aus, Neuer! Wieder dabei! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy... Scheiße gelaufen, Neuer! Laserbehandlung gefällig! Pew, pew! Wer zuerst wegschaut! Verloren! Macht euch bereit! An mir ist viel lieb! Ha, ha, ha! Laut Wetterbericht hagelt Schläge! Oh! Oh! Entschuldigung! Okay, los geht's! So behandelt man doch keine Dame! Halbe Portion in die... Ha, ha, ha! Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Ah! Sorry, kein Interesse! Tut mir nicht leid, was jetzt kommt! Oh! Versuch's bei mir nicht auf die harte Tour! Ich fress dich auf! Äh! Ja! Scheiße! Es ist kein Zeit! Pew, pew! Das könnte jetzt ziemlich brennen! Bin ich schon am Zug? Okay! Bomb! Genauso! Achtung! Alles Gute kommt von oben! Oh! Hab'n Laserbrief für dich! Braucht jemand ne Faust in die Fresse? Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin! Hm, was würde aus diesen Toten Schutt und Asche machen? Ach ja, Tom, das kann... Hör auf! Wir haben sie ohne dich besiegt! Hier ist sie! Jetzt macht mein Dad mich nicht mehr zur Sau! Die muss zurück in seine Kommode! Noia, du bist der Beste! Ich bin wieder für dich! Das ist eine Angelegenheit! Die muss mich besser aus der Beste! Ich bin wieder! Ich bin wieder!